für die CDU- und CSU-Fraktion. Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich möchte noch einmal daran erinnern, wir bringen heute das Gesetz zur Stärkung des neuen Zusammenlebens in der Stadt ein. Die Diskussion, die eben stattgefunden hat, zeigt mir, dass wir da auf gutem Weg sind und sicherlich auch gemeinsam eine gleiche Position finden. Wir setzen damit eine EU-Richtlinie um, aber unterm Strich kann man sagen, wir ändern in dieser Legislaturperiode auch das Baugesetzbuch, insbesondere im Planungsrecht. Frau Ministerin! Unabgesprochen habe ich mir auf meinem Spickzettel auch vermerkt, dass es wichtig ist, dass wir schnell zu einem Ergebnis kommen. Deswegen vielen Dank auch an Ihr Haus, dass wir mit der Einbringung nicht im Verzug sind. Es kommt jetzt darauf an, dass der Bundesrat sich schnell damit beschäftigt, am 10.2., dass wir unsere Anhörungen konstruktiv miteinander durchführen und dass wir noch im März hier zu einem Ergebnis kommen. Weil die Menschen und die Kommunen warten darauf. Sie warten aus mehreren Gründen darauf. Zum einen die Kommunen, damit Rechtsklarheit ist bei der Anpassung in dem Bereich Ferienwohnungen. Klar ist, wir wollen nicht diese sogenannten Rouladen-Siedlungen, sondern wir wollen auch Wohnen möglich machen. Aber wir brauchen auch Rechtsklarheit für die Bestände. Auch das ist wichtig, dass wir in diesem Bereich tätig sind. Meine lieben Kolleginnen und Kollegen, die Wohnungssituation, vor allen Dingen in den Ballungsräumen und in den sogenannten Schwarmstätten, ist schwierig. Wir müssen hier zwei Strategien fahren. Eine kurzfristige und eine, die langfristig wirken kann. Wenn es um die kurzfristige Strategie geht, ist es richtig, dass wir unter bestimmten Voraussetzungen auch ein vereinfachtes Planungsrecht zulassen und das, das möchte ich noch einmal ausdrücklich betonen, auch zeitlich begrenzen. Aber die Zeit bis dahin dazu nutzen, um langfristig wirkende Instrumente auf den Weg zu bringen. Und dazu gehört meiner Meinung nach insbesondere, wir hatten dazu ja am Mittwoch auch ein Expertengespräch, dass es möglich ist, in den Kommunen auch mit Unterstützung des Bundes und der Länder Brachflächen zu verschließen, ob das Brachflächen der Bahn sind oder Militärkonversion, das sei dahingestellt, um auf diese Art und Weise zusätzliches Bauland zu schaffen. Weil wie sollen wir ansonsten jungen Familien erklären, die aus ihrer Mietwohnung raus wollen, den Schritt gehen, sich ihr Wohneigentum zu bilden, sei es durch ein eigenes Haus oder durch eine Eigentumswohnung, wenn wir durch die ungenügende Bereitstellung von Bauland zu überhöhten Preisen hier einen Riegel vorschieben. Deswegen ist es auch wichtig, ist zwar nicht unser Thema, dass die Wohnimmobilienkreditrichtlinie, dass wir hier eine Änderung auf den Weg gebracht haben, auch das wird uns sehr dabei helfen. Aber das Kernstück, wenn es um das bessere Leben in der Stadt geht, ist das urbane Gebiet. Ich kann mich erinnern, vor drei Jahren, als wir angefangen haben, in unserer Fraktion über die Änderung der Baunutzungsverordnung zu ändern, war die Diskussion noch eine ganz andere. Aber ich denke, wir haben das gut auf den Weg gebracht, dafür zu sorgen, dass wir die urbanen Gebiete hier einführen, die zum einen dafür sorgen, dass wir Abstandsflächen verändern können, dass wir zusätzlichen Wohnraum schaffen, dass wir aber auf der anderen Seite auch, aber insbesondere auch dafür sorgen, dass unsere Städte lebenswerter werden, dass sie attraktiv sind. Ich will ausdrücklich sagen, es geht nicht darum, weil auch die Diskussion hatte ich, in Gewerbegebieten Wohnen zuzulassen. Da wird man neue Konflikte herbeiholen. Es geht darum, Wohnen und Arbeiten zu verbinden, weil die Arbeitswelt hat sich geändert. Die ist nicht mehr zu vergleichen mit vor 50 Jahren, denn so alt ist die jetzige Baunutzungsverordnung. Liebe Kolleginnen und Kollegen, auch wenn es nicht unsere Aufgabe ist, bitte ich doch, dass wir sehr sorgfältig damit umgehen, wenn es um die Veränderung der Verwaltungsvorschriften geht. Ich meine hier insbesondere die TH Luft und die TH Lärm, die ja auch vonseiten des Verwaltungshandelns dann die Grundlage bildet. Das ist ein Thema, wo wir dann natürlich auch das Kind nicht mit dem Bade ausschütten dürfen, sondern sehr sorgfältig vorgehen. Lassen Sie mich noch ein Wort für den ländlichen Raum sagen. Mir ist sehr daran gelegen, dass wir das, was wir jetzt für die Städte auf den Weg gebracht haben, als urbanes Gebiet, dass wir hier auch an die kleinen Städte und die Dörfer denken. Die kleinen Dörfer und Städte haben sich gewandelt. Die Industrieentwicklung der letzten 70 Jahre hat dazu geführt, dass sie oftmals nur noch Schlafdörfer sind. Aber Dörfer waren eigentlich was anderes. Dörfer waren eigentlich im übertragenen Sinne Gewerbegebiete, wo Landwirtschaft, wo Handwerk, wo Mittelständler, wo kleine Betriebe im engen Raum des dörflichen Zusammenlebens zusammengearbeitet haben. Und ich bin der festen Überzeugung, dass so etwas auch in der Zukunft wieder besser möglich sein muss als bisher. Ich glaube, das urbane Gebiet, was wir jetzt für die Ballungszentren und großen Städte auf den Weg gebracht haben, ist ein gutes Beispiel, auch hier dafür zu sorgen, dass wir das auch in den Dörfern anwenden. Dass halt der Schmied wieder im Ort arbeiten kann, weil sich natürlich auch die Arbeitsbedingungen und das Arbeitsumfeld auch für einen Schmied, für einen Schlosser enorm gewandelt hat. Genauso wie für einen Tischler oder vielleicht für einen Bäcker, der seine Bäckerei erweitern will. Weil halt in dem Dorf ganz aus praktischer Bewegung vielleicht zwei, drei auch Asylsuchende da sind, die gute Falafel backen und was dazu führt, dass ein Angebot da ist und die damit auch eine gute Integration hätten und hier arbeiten könnten. Lassen Sie mich zum Schluss noch einen Satz sagen. Wenn wir jetzt das Baugesetz erneut novellieren, haben wir das ja in der vergangenen Legislatur auch getan. Und einer der wesentlichen Punkte, die damals eine Rolle gespielt haben, ist die Privilegierung landwirtschaftlicher Betriebe im Außenbereich. Ich bitte darum, dass wir das ja sorgfältig umgehen. Und die landwirtschaftlichen Betriebe im Außenbereich, wenn es darum geht, neue Ställe zu bauen, dass wir die unterscheiden von rein gewerblichen Ansiedlungen. Weil ein Landwirt, der vielleicht schon seit Generationen auf seinem Hof wohnt, weil ein Landwirtschaftsbetrieb, der schon viele Jahre regional verwurzelt, dort die notwendige wirtschaftliche Betätigung durchführt, ist ein Unterschied zu jemandem, der als Fremder herkommt und gewerblich eine Tätigkeit vorzunehmen. Deswegen sollten wir sehr unterscheiden zwischen denjenigen, die da sind, die nicht verteufeln und sollten auf der anderen Seite aber dafür sorgen, dass die schwarzen Schafe, die das in irgendeiner Art und Weise ausnutzen, dass wir die auch entsprechend zur Rechenschaft ziehen. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Vogel. Ich schließe die Aussprache.